Hey und willkommen zurück zu What's Hot. Wolltet ihr eigentlich schon immer mal wissen, wie Models ihren frischen und natürlichen Look zaubern? Dann bleibt dran, denn ich zeige euch heute Model Make-Up-Masters. Für dieses Video habe ich mich in die Weiten des Internets begeben und habe versucht, die Frage zu beantworten, die wir uns alle täglich stellen, nämlich wie schaffen es Models eigentlich so perfekt auszusehen, so natürlich, um Chloe auszusehen und den Anschein zu vermitteln, dass sie gar kein Make-Up tragen und eben gerade erst aufgewacht sind und auf welche Beauty-Must-Haves ich da gestoßen bin, das zeige ich euch jetzt. Während meiner Recherche ist natürlich sehr deutlich geworden, dass der Körper eines Models einfach das Kapital des ganzen Jobs ist und dass der immer top gepflegt sein muss und eben in Schuss gehalten werden muss. Und ich habe häufig gelesen, dass eben gerade vor Shootings oder auch in regelmäßigen Abständen die Models eben sehr gerne Facemasks benutzen oder Sheetmasks benutzen, um eben ihr Gesicht zu pflegen und heute habe ich hier eine von Starskin für euch. Bei dieser Maske hier handelt es sich um ein Two-Step-Treatment, das heißt, es gibt zwei Schritte und der erste Schritt ist eben diese Ampulle hier mit diesem 100%igen Kamelienöl. Das könnt ihr einfach auf euer Gesicht auftragen und damit habt ihr eine sehr antioxidative Wirkung und ihr bereitet eben eure Haut perfekt auf den zweiten Schritt vor, denn der zweite Schritt ist eben die Tuchmaske. Die enthält beispielsweise Aminosäuren und Hyaluronsäure und das sorgt eben dafür, dass die Haut sehr reichhaltig mit Nährstoffen versorgt wird und dass eben kleine Fältchen gemildert werden und wenn ihr die eben benutzt, dann könnt ihr beispielsweise eure Haut so schön pflegen wie die von einem Model. Liquid Highlighter ist ein sehr großes Beauty-Thema unter Models und so erzielen beispielsweise auch Hailey Bieber und Co. einen sehr natürlichen und schönen glowy Look. Und als Beispiel für einen Liquid Highlighter habe ich heute den Jeffree Star Liquid Frost Highlighter für euch. Hierbei handelt es sich um einen hochpigmentierten und flüssigen Highlighter von Jeffree Star Cosmetics und der hat eben eine sehr leichte, schwerelose Formel und bietet dann eben trotzdem einen richtig, richtig schönen Glow, den ihr beispielsweise an eurem Körper oder auch in eurem Gesicht auftragen könnt und somit bekommt ihr einen richtig tollen natürlichen Glow, so wie den der Models. Wenn natürlich jemand weiß, wie sich Supermodels schön pflegen, dann die Supermodels selbst und Model Miranda Kerr hat eben ihre eigene Marke gegründet, nämlich Core Organics und dort vertreibt sie auch das Noni Glow Face Oil und das ist eben ein Gesichtspflegeöl, mit dem ihr eure Haut richtig schön zart pflegen könnt. Und bei diesem Gesichtsöl handelt es sich eben um ein Öl mit einer sehr reichhaltigen und leistungsstarken Formel. Da sind ganz viele zertifizierte Bio-Inhaltsstoffe drin, wie zum Beispiel der Noni-Extrakt oder auch die Haagebuttensamen. Es ist vollgepackt mit Antioxidantien und auch ein Teil von Clean Beauty und deswegen solltet ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ihr eure Haut zart wie die von einem Model pflegen wollt. Viele Models haben einen sehr straffen Zeitplan und sind meistens den ganzen Tag unterwegs. So haben sie beispielsweise morgens ein Casting, bei dem sie sehr natürlich erscheinen müssen, haben aber abends schon wieder ein Event, wo es eben etwas mehr Make-up sein darf und da eben ihre Zeit und ihr Platz in der Handtasche meistens sehr begrenzt ist, schwören viele Models auf eine multifunktionale Lidschaft. Dabei schwören viele Models vor allem auf kompakte Lidschattenpaletten mit natürlichen Tönen, die sie eben aufbauen können und eine Palette, die all diese Kriterien erfüllt, ist eben diese hier von It Cosmetics. Und hier habe ich eben die Naturally Pretty Essentials Palette von It Cosmetics für euch und ihr könnt schon sehen, hier sind sechs natürliche matte Farben drin, damit könnt ihr eben sehr dezente Tagesmake-ups zaubern, das Ganze aber auch ein bisschen intensiver gestalten, besonders durch die zwei Töne hier unten. Und hier ist noch ein transformierender Ton drin, der so ein bisschen schimmert und damit könnt ihr eben eurem Augen-Make-up auch noch das gewisse etwas verleihen und aussehen wie ein Model. Gerade bei Castings ist ein gepflegter und natürlicher Look ein absolutes Must-Have und dafür zeige ich euch eine BB-Cream und eine passende Lippenpflege. Zum einen handelt es sich hier um die Complexion Rescue BB-Cream von Bare Minerals und die vereint eben das Beste aus BB-Cream, CC-Cream und getönter Tagespflege. Diese BB-Cream besitzt vor allem einen Lichtschutzfaktor 30, was super ist, wenn man den ganzen Tag von Job zu Casting und Casting zu Job geht. Sie hat eine mittlere Deckkraft, was super gut ist, da sie eben die Haut sehr frisch und strahlend aussehen lässt, aber sie gleichzeitig nicht zu kleistert und deswegen ist die ein absolutes Must-Have. Für einen passenden gepflegten Lippenlook sorgt eben auch noch der Dior Addict Lip Glow. Der vereint eben das Beste aus Abdeckung, Pflege und Farbe und bietet eben auch noch den bekannten Dior Glow und sorgt eben für einen gepflegten und strahlenden Lippenglow. So, das waren jetzt alle Must-Haves. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich habe euch natürlich auch alle Produkte nochmal unten in der Infobox verlinkt, falls ihr sie nachshoppen möchtet. Ihr könnt dem Video natürlich auch sehr gerne einen Daumen nach oben geben, falls es euch gefallen hat und natürlich auch den Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.